Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nichterweisheit Letzter Schluss. Ja, heute 5 Friipa-Stolpersteine. Dinge, die sich entweder geändert haben, die mich gewundert haben, wo ich Zeit reingesteckt habe, um das rauszukriegen, die euch einfach so ein bisschen helfen sollen, wie ihr mit Friipa-Dingen besser umgeht, dass ihr nicht in dieselben Stolpersteine-Fettnäpfchen tretet, dass ihr nicht über dieselben Stolpersteine stolpert, wie ich es getan habe. Mein erster Stolperstein ist ein, wie ich finde, irgendwie ziemlich blödes Größenlimit bei Abfragen. Ich habe ja schon mal hier ein Video dazu gemacht, wie man die JSON-RPC-API benutzt, um Dinge von Friipa abzufragen oder eben Befehle auszuführen da drauf. Und da ist mir jetzt aufgefallen, dass ich in einem relativ großen DNS-Netzwerk nicht alle Elemente zurückkriege. Also ich wollte eben abfragen, welche DNS-Einträge gibt es denn dafür. Und da fehlten mir irgendwie welche. Und dann habe ich gesucht und mich irgendwie gewundert. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, es sind 100 Elemente. Und 100 Elemente, das ist irgendwie so unnatürlich. Wenn es jetzt irgendwie 96 gewesen wären oder 73 oder so, dass es irgendwie nicht so nach gewollt riecht, dann hätte ich gedacht, naja, muss ich woanders nochmal gucken. Aber 100 Elemente, naja, guckst du mal, ob es irgendwo ein Limit gibt, was da eingestellt ist. Das gibt es und dann habe ich auch gesehen, dass es so eine Warnung gibt. Search Result Truncated, also die ist abgeschnitten, also mit Deckenschere. Sind da einfach Dinge nicht mit in meiner Ausgabe drin, warum auch immer. Auf 100 Elemente limitiert. Und wenn ich jetzt hier meine Abfrage, die ich hier in dieser JSON-Notation mache, um einen zusätzlichen Parameter Size Limit ergänze, den auf 0 setze, damit ich alle kriege, dann kriege ich auch alle Ausgaben. Ob das jetzt irgendwie eine Optimierung ist, die da eingestellt ist, dass man bloß 100 will. Aber ich will doch entweder alle haben, ansonsten, ja, das ist doch reiner Zufall, ob ich jetzt nun die 100 kriege, die nun wirklich sinnvoll sind oder nicht. Also ich mache eben jetzt aus so einer Ausgabe wie der hier, die hier, indem ich dieses Size Limit noch als zusätzlichen Parameter hinzufüge und dann funktioniert das Ganze. Also falls ihr euch schon mal gewundert haben solltet, warum Dinge nicht funktionieren oder irgendwas fehlt, Size Limit Doppelpunkt 0, könnt ihr wahrscheinlich bei allen Befehlen damit reinschmeißen, probiert es aus und dann habt ihr wohl alles. Nummer 2 ist jetzt eigentlich kein Stolperstein, sondern eher so ein Juhu, es ist jetzt wirklich da. Also der Zug mit dem Free-Epa-Client ist in den Debian 11 Bahnhof eingefahren. Vorher brauchten wir das Paket Free-Epa-Client aus den Backports. Musste man eben konfigurieren, da habe ich auch ein Video zu gemacht, wie man das macht. Ist nicht weiter schwer, aber ist irgendwie doof, weil man das eben vom Standard Debian 11 umkonfigurieren muss mit den Paketquellen. So, das hier brauchen wir jetzt nicht mehr. Ja, jetzt ist das Paket Free-Epa-Client im ganz normalen Debian 11 verfügbar, ohne irgendwelche Tricks oder so. Von daher könnt ihr es jetzt einfach installieren. Schöne Sache. Dann was anderes, wo nicht nur der Elch irgendwie traurig war, sondern ich sehr lange dran rum geguckt habe und mich einfach gewundert habe, warum Free-Epa einige Aktionen in der Web-Oberfläche nicht mehr durchführt. Da gibt es dann so einen Fehler hier. Wenn man da jetzt ein bisschen gräbt in irgendwelchen Foren und Mailing-Lists, findet man irgendwo denn doch mal was? Also hat mich doch relativ lange aufgehalten, bis ich das gefunden habe. Hier unten habe ich es denn gefunden. Man muss in dieser Datei hier den Wert einer Variablen, die Secret heißt, nochmal in eine weitere Variable, die Required Secret heißt, eintragen. Und schon funktioniert das Ganze. Also bei diesem Aktualisieren von Free-Epa 4.9.3 auf 4.9.6 wurde irgendwie dieser Wert nicht richtig übernommen oder irgendwas. Auf jeden Fall, das läuft nicht mehr. Auf einmal war es kaputt. Und warum? Also, falls euch sowas hier auffällt, ja, einfach das kopieren nach da. Dann Nummer 4, was eigentlich auch kein Stolperstein ist, was mir aber geholfen hat. Um zu überprüfen, wie jetzt dieser Zustand von so einem Free-Epa-System ist. Da gibt es dieses praktische Paket, IPA Health Check. Und dort drin befindet sich das gleichlautende Programm, Proafleser und Script. Und da kann man eben eine Überprüfung von dem Gesundheitszustand, von dem System halt machen. Und man kann ja jetzt angeben, hier Output Type Human, also für Menschen aufbereitet, sodass es ein bisschen hübscher aussieht, dass man es besser lesen kann. Und da werden eben verschiedene Tests gemacht. Und dann bekommt man eben eine Rückmeldung, ja, an dieser Stelle stimmt was nicht. Und damit kann man dann gucken, ja, dieser Test ist fehlgeschlagen. Einfach mal eine Suchmaschine fragen, da kriegt man eventuell einen guten Hinweis, woran es denn liegt, mit Problemlösung hoffentlich. Und Nummer 5, das ist auch so ein bisschen eklig gewesen. Das ist ein Timing-Problem bei API-Aufrufen. Wiederum diese JSON-RPC-API, die lässt euch eben verschiedene Kommandos ausführen. Und ihr schickt da quasi so ein Kommando in dieser JSON-Notation hin und dann bekommt ihr als JSON wiederum die Rückgabe. Und dieses Kommando, was er denn ausführt, das muss intern noch nicht richtig verarbeitet sein. Aber die JSON-RPC-API, die sagt euch, ja, ist fertig, alles gut. Aber intern sind diese Daten vielleicht noch nicht wirklich an den richtigen Stellen angekommen. Und wenn ihr jetzt mehrere API-Aufrufe habt, die voneinander abhängig sind, dann kann es sein, dass dieser erste Aufruf halt sagt, juhu, ich bin fertig. Dann schickt ihr den nächsten los, der bedingt, dass der erste wirklich erfolgreich durchgeführt wurde. Also die Informationen in Free-API alle an der richtigen Stelle sind. Und dass der zweite dann halt scheitert mit einer obskuren Fehlermeldung. Das hat ein bisschen gedauert, bis ich das rausgefunden habe, woran das liegt. Dieser Zeitpunkt, dass die Informationen wirklich in Free-API hinterlegt sind, der lässt sich auch nicht so hundertprozentig bestimmen. Von daher muss man eventuell so einen abhängigen API-Aufruf mehrfach durchführen, bis er erfolgreich ist, damit der davorgegangene API-Aufruf auch wirklich durch ist. Um das mal ein bisschen zu demonstrieren, habe ich jetzt mal einen Teil von dem M23-Quelltext genommen, wo es eben um solche Sachen geht. Es geht erstmal darum, dass man bei Free-API einen neuen DNS-Record hinzufügt. Da gibt man den Domain an, Hostnamen und eben wie die IP-Adresse von dem Hostnamen nachher ist. Also es setzt sich zusammen nachher. Man hat so einen fully qualified Domain-Namen für einen Client. Also darum steht hier eben auch Client-IP. Und das muss man eben erst machen. Erst diesen DNS-Record über Free-API anlegen. Dann wird dieses JSON hier genommen, wird ausgeführt über so eine Funktion, die ich da habe. Und dann sollte es eigentlich so sein, dass das funktioniert hat, wenn das zurückkommt. Ist aber leider nicht der Fall. Darum habe ich mir jetzt für den davon abhängigen Teil so eine Schleife gebaut, die jetzt einfach immer wieder ausgeführt wird, beziehungsweise maximal 30 Mal. Und hier einfach versucht, diesen Host hinzuzufügen. Also wir haben einmal den DNS-Eintrag. Und dann gibt es noch so ein Host-Objekt, was man auch noch setzen kann für Rechner. Und damit dieses Host-Ad funktioniert, muss der DNS-Eintrag in Free-API wirklich drin sein und muss auch funktionieren. Von daher wird jetzt dieses Ganze mehrfach durchlaufen. Immer mit einer Pause von einer Sekunde dabei. Und ja, das wird halt immer wieder probiert. Und wenn das jetzt funktioniert, dass eben dieser Eintrag wirklich drin ist, dann ist alles gut. Dann springen wir hier aus der Schleife eben auch raus. Ansonsten wird das bis zu 30 Mal ausgeführt. So, das war es auch für dieses Mal. Ich hoffe, diese 5 Stolpersteine oder beziehungsweise sind ja nicht bloß Stolpersteine, sondern auch quasi positive Dinge mit bei gewesen, dass die euch helfen, wenn ihr mit Free-API umgeht. Ja, abonnieren, Glocke drücken. Ja, und bis dann. Und macht es nach oder auch nicht. Und tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020